Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute mit keinem Let's Play weiter, warum will ich das sagen? Wir machen heute mal wieder eine Chaos Challenge. Denn ihr kennt doch sicherlich diese Challenge, wo es darum geht, du hast nur ein Pack pro Outfit, weil wir haben die auch schon mal gemacht. Hi. Aber wie witzig wäre es, wenn wir pro Kategorie einfach randomisen, aus welchem Pack das bestimmte Item stammen soll. Dafür habe ich mir zum einen eine süße Mausi herstellt hier, damit wir ein Versuchsobjekt haben. Zum anderen habe ich hier ein Glücksrad erstellt mit allen Packs, wo Items für erwachsene Sims für den Creative Sim drin sind. Und ich meine damit, dass wir zum einen dann sagen, oh, bei der Beinbekleidung kann ich nur das Pack benutzen, bei den Haaren kann ich ein anderes Pack benutzen, bei den Oberteilen kann ich nochmal ein anderes Pack benutzen, für die Schminke kann ich nur ein bestimmtes Pack benutzen, etc. Ihr werdet das schon bestimmt verstehen. Wenn wir jetzt hier dabei sind. Ich würde persönlich jetzt mit den Haaren anfangen. Deswegen, das, was wir jetzt bekommen, das wird dann eben das Pack sein, wo wir die Haare drin auswählen. Und wenn wir halt keins bekommen, dann haben wir wohl Pech gehabt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Vintage Glamour Accessoires, dass es dort Haare den Grip, dass es da Haare drin gibt. Dafür filter ich die Sachen natürlich. Zack. Und da haben wir auf jeden Fall Haare. Warum ich möchte... Ich habe die Haare extra angepasst eigentlich. Aber egal. Wir nehmen diese Frisur, glaube ich, weil ich glaube, die ist alltagstauglicher, würde ich behaupten. Ich würde dann auch versuchen, dass die Haare möglichst ähnlich von der Haarlänge sind, damit es dann nicht so komplett weird ist. Wenn es nicht möglich ist, dann habe ich leider keine andere Wahl. Weiter würde ich machen mit dem Oberteil. Und das wird aus folgendem Pack stammen. Fashion Street Set. Cool. Wir haben noch keine Filter für bestimmte Sets. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit diesem Zeichen, dass das das Fashion Street Kit ist. Ich werde es aber nochmal googeln, zur Sicherheit. Ähm, ja. Das stimmt so. Sehr gut. Da habe ich mich ja sogar richtig hier erinnert. Da gibt es zwei Oberteile. Einmal dieses und einmal dieses. Aber ich glaube, ich finde das hier besser. Also zumindest, wenn man jetzt danach geht, dass sie ja wahrscheinlich dieser Kultur eigentlich nicht angehört. Ich glaube, das hier wäre kritischer. In Anführungszeichen. Also, ich nehme auf jeden Fall einfach das hier. Das hier ist doch süß. Dann würde ich mit der Beinbekleidung weitermachen. Und dafür können wir heute das Passenspiel benutzen. Not bad. Da haben wir zumindest auf jeden Fall ganz gute Auswahl, würde ich sagen. Nein, vor allem allein, weil diese Jeans hier dabei ist. Und diese Jeans geht halt einfach immer. Ey, so, ich bin jetzt auch einfach mal so und nehme die auch. Sollten wir nochmal bei Hose Base Game bekommen, werde ich auf jeden Fall eine andere Hose nehmen. Aber lass uns ein bisschen Cheating wäre, würde ich behaupten. Schauen wir uns an, was wir für die Schuhe bekommen. Gartenspaß Accessoires. Okay. Da gibt es tatsächlich nur diese. So sind sie farblich zumindest ein bisschen angepasst. Wir gucken mal, ob wir Accessoires bekommen können. In einigen Packs gibt es ja gar keine Accessoires, aber dann ist das eben so. Wenn es ein Autorleben was gibt, mal gucken, ob wir das dann auch nehmen wollen. Es gibt Armbänder und es gibt Socken. Socken finde ich in den Schuhen absolut schrecklich. Deswegen werden wir wohl ein Armband nehmen. Ich glaube, ich nehme das erste hier, weil ich das eigentlich ganz süß finde. Genauso schauen wir mal bei den Accessoires hier oben. Wir bekommen folgendes. Karneval Streetwear Kit. Das ist dieses hier. Ziemlichweise halt mit den Ketten hier. Ne, diese Kette nicht, aber diese. Und diese Glasses, aber das finde ich ein bisschen sehr wild. Aber ich finde die Ohrringe eigentlich ganz süß. Hüte wollte ich jetzt ihr nicht unbedingt geben. Gerade zumindest nicht bei dem Outfit. Also da gibt es auch, glaube ich, nichts, was da ansatzweise zu passen könnte. Aber wir schauen mal, ob wir vielleicht irgendwas an Make-up benutzen können. Was kriegen wir? Komm. Gib mir was Cooles. Mein erstes Haustier-Accessoire. Ich glaube, da gab es keine Schminke. Nope. Dann gibt es auch keine Schminke für dich. Dann gehen wir wieder zu den Haaren. Mal schauen, ob wir was finden, was ansatzweise dazu passen könnte. High School Jahre. Ist erstmal auf jeden Fall nicht bad. Nur haben wir wenig in der Haarlänge irgendwie, ne? Also ich meine, das ging auf jeden Fall. Uh. Das ist sogar ziemlich festlich, ne? Dann nehme ich, glaube ich, die. Ich möchte auf jeden Fall eine Kombination haben. Weil dann die Chance besteht, dass wir ein Kleid bekommen. Oder wir bekommen halt gar nichts. Aber wir schauen mal. Reicht der Magie? Sollte es auf jeden Fall irgendwas geben. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was süßes. Ist jetzt alles nicht sonderlich festlich, würde ich sagen. Aber ich glaube, am ehesten würde ich dann noch dieses hier nehmen. In so einem Rotton. Und die Schuhe dazu werden aus folgendem Pack stammen. Tiny Houses Accessoires. Es gab keine einzigen Schuhe aus Tiny Houses Accessoires. Dann hat sie halt auch keine Schuhe an. Dann ist das eben so. Kann sie vielleicht Accessoires tragen? Wir schauen einfach mal, ob es bei Gartenspaß Accessoires was gab. Nope. Absolut gar nichts. Kann sie denn hier Accessoires tragen? Wir werden das gleiche raushöten. Es ist Outdoor-Leben. Once again. Auch dort gibt es absolut gar nichts. Was ist mit Make-up? Na komm. Wir lesen so ein bisschen Make-up. Aber sonst ist das hier ein bisschen sad. Traumhaftes Innendesign. Ich glaube, es gab kein Make-up dort, oder? Nope. Sad life. Dann hat sie da einfach nur ein Kleid an. Sie ist ein bisschen minimalistisch, wenn sie auf eine Feier geht, I guess. Gut, dann müssen wir wohl zur Sportkleidung gehen. Und dort machen wir natürlich mit den Haaren wieder weiter. Fitness Accessoires. Da gibt es auf jeden Fall Frisuren. Passen jetzt alle nicht ganz so zur Länge. Aber wir nehmen dann einfach mal diese Frisur. Also verglichen mit den anderen passt sie halt noch am ehesten. Dann versuchen wir es wieder mit Oberteilen und Unterteilen, I guess. Oberteil wird folgendes sein. Reicht der Magie. Ich habe irgendwie Flashbacks. Wir kriegen immer dasselbe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in irgendwas davon Sport machen wollen würde. Aber ich glaube am ehesten noch darin. Komm, wir nehmen das mit der Katzi. Bei den Hosen wird es folgendes. Highschool Jahre. Irgendwie bekomme ich immer dasselbe. Da gibt es auf jeden Fall einiges. Guck mal, hier ist sogar eine richtige Jogginghose. Dann nehmen wir die doch auch einfach. Und die Schuhe? Fröhliche Feiertage-Pack. Wow. Mit den Schuhen würde ich auf jeden Fall auch Sport machen. Richtig schick. Komm, wir versuchen es mit einem Hut. Willnis-Tag? Es gibt dieses. Aber ich finde es ist jetzt nicht großartig, aber es ist auch nicht schlecht in dem Sinne. Also es hätte uns schlimmer treffen können, I guess. Dann fällt das mit den Haaren auch wenigstens nicht so auf. Was für den Schlaf-Outfit? Wie werden ihre Haare dort aussehen? Mein erstes Haustier-Accessoires. Ja, das ist halt diese Frisur, die ist ein bisschen wild. Aber dieses ganze Video ist wild. Und diese ganze Aufmachung hier. Also was erwarte ich eigentlich? Na, gönn mal ein schönes Oberteil. Okay, wir bekommen Elternfreunden. So, wir haben da so ein paar Sachen. Ich finde sowas oder sowas halt ganz passend. Ja, dann nehmen wir das doch einfach. Und mit den Hosen? So, komm. Gönn. Gönn was Cooles. Gartenspaß, das ist was. Weiß ich nicht, ob da was bei ist, worin man schlafen kann. Das ist jetzt nichts, worin ich schlafen würde, weil es sind Jeans. Das ist irgendeine komische Jeans-Shorts und das ist auch eine Jeans-Shorts-Shorts. Ja, aber am ehesten würde ich, glaube ich, in der kurzen schlafen wollen, wenn ich das so vergleiche. Es ist alles drei nicht so toll. Aber I guess, sowas muss dann halt wohl gemacht werden. Wir gehen einfach am besten direkt zur Ausgekleidung und entscheiden über die Haare. Wir bekommen folgendes Peck. Outdoor-Leben. Ja, ich denke, dann werden wir diese Bömmels nehmen. Weil der Rest passt halt irgendwie auch schon wieder nicht zur Haarlänge. Und diese Bömmels, die gehen immer. Da würde ich auch wieder eine Kombination wählen. Was bekommen wir dieses Mal? Inselleben. Uh. Inselleben hat ein paar schöne Sachen. Wenn ich so an dieses Kleid hier denke. Und das hier ist halt auch übel schick. Aber ich glaube, das hier würde man eher noch zum Ausgehen anziehen. Das hier ist halt auch richtig cool, ne? Dann würde man ihr Tattoo auch mal richtig schön sehen. Ach, dann nehme ich das doch diesmal. Ich finde dieses Lila sehr schön. Deswegen nehmen wir das. Wie schaut es mit den Schuhen aus? Werden wir diesmal Schuhe tragen können? Ja oder nein? Komm, gönnen. Gönnen. Wo man schon Gartenaccessoires. Äh, wow. Es gibt schon wieder keine Schuhe. Schade Marmelade. Kann sie sich Accessoires gönnen? Es bleibt spannend, denn es ist Zeit für Freunde. Wuh. Da gibt es auf jeden Fall so ein paar Sachen. Joa, ich würde dir einfach so ein Armband geben. Dann, wie schaut es hier oben im Gesicht mit den Accessoires aus? Bekommen wir da was Cooles oder gar nichts? Wir schauen mal. Es ist Fitnessaccessoires. Da gibt es leider gar nichts. Schade Marmelade. Wie schaut es mit dem Make-up aus? Landhausleben. Glaube, da gab es auch nichts. Nope, absolut gar nichts. Heiztote Rose. Sie ist einfach sehr minimalistisch, wenn sie ausgeht. Egal, wie schick oder unschick das Ganze ist, wa? Zum Schwimmen. Was machen wir mit den Haaren? Wir bekommen fröhliche Feiertage-Pack. Wir haben entweder diese komische wilde Frisur oder wir haben so einen schrägen Pony. Deswegen müssen wir wohl den schrägen Pony nehmen. Auch wenn die Haare viel zu lang sind und das mit dem Pony macht nicht so viel Sinn. Aber egal, versuchen wir ihm mal einen Hut zu geben. Einen Hut könnte man bekommen an die Arbeit? Doch, ich glaube da war was, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, sieht doch nicht so gut aus. Naja, vielleicht besser so. Ich würde ihr gerne eine Kombination geben. Wir schauen mal, ob wir da was bekommen. Denn wir bekommen Highschool-Jahre-Erweiterung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da was ist, worin man schwimmen kann. Aber wenn ich mir jetzt so das Ganze hier angucke, ist glaube ich das hier sogar noch am ehesten dafür geeignet. Wir sollten ganz schnell zum nächsten weiterspringen. Was stellen wir beim heißen Wetter mit den Haaren an? Oh mein Gott, es wird nachhaltig leben. Ach süß. Ich habe vergessen, dass wir diese Bömmels haben. Ja, dann gönnen wir uns doch die Bömmels. Gönnen wir uns ein Oberteil. Und dieses Oberteil wird aus folgendem Päck stammen. Romantischer Gartner ist es was. Es gibt ein T-Shirt, jawohl. Wie wäre es mit diesem hellblau? Was ist mit der Hose? Kriegen wir überhaupt eine Hose? Bitte. Das wäre voll cool. Indian-Style-Set. Ja. Ich glaube, Indian-Style war das mit den Schuhen. Aber ich gucke nochmal nach zur Sicherheit. Es ist das mit den Schuhen. Ich bin so gut. Wir könnten ihr jetzt halt so einen Rock geben. Würde ich auch, glaube ich, machen. Ich würde ihr aber dann lieber den langen Rock geben. So einen rosa vielleicht. Weil ich finde den schöner zu dem Oberteil als der andere Rock. Und ich meine, lange Hosen vermeiden die meisten Leute im Sommer ja. Wird sie Schuhe tragen? Es bleibt spannend. Denn in Dschungelabenteuer. Es ist, glaube ich, Schuhe geben, aber kann die passend zum heißen Wetter sind, oder? Ja, wir haben solche Boots. Na gut. Ich glaube, ich lasse die auch in der Farbe. Die anderen Farben sehen, glaube ich, noch schlimmer aus. Zu dem Outfit. Würde sie sich denn beim heißen Wetter an Make-up setzen? Es bleibt spannend. Fröhliche Feiertage-Pack. Aber ich glaube, auch da war nichts. Nope. Gut. Dann, wie schaut es mit dem kalten Wetter aus? Was geben wir ihr da für eine Frisur? Dschungelabenteuer. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die unbedingt im Winter so tragen würde. Ich nehme, glaube ich, dieses mit diesem Orangen. Wählen wir ein Oberteil. Mein erstes Haustier-Accessoires. Ich bin mir sehr sicher, dass es Oberteile gab, aber keine, glaube ich, die zu Winter passen würden, oder? Es gibt ein T-Shirt. Toll. Ja, versuchen wir mal mit der Hose was zu retten, oder? Vintage-Glamour-Accessoires. Es gibt einen Rock. Na toll. Und das sieht absolut schrecklich aus zusammen. Versuchen wir es mit Schuhen. Hunde und Katzen. Es gibt auf jeden Fall Boots. Das ist schon mal sehr schön. Kann, wir versuchen es mit Accessoires. Bowling-Abend-Accessoires. Ich habe keinen Plan, was damit kam. Handschuhe. Na super. Komm, wie wäre es denn mit denen? Toll. Großartig, oder? Ich habe so gehofft, dass ich eine Strumpfhose bekomme. Oder wenigstens lange Handschuhe, oder so. Naja, dann halt nicht. Was ist mit Make-up? Kriegen wir Make-up? Wir haben bisher, glaube ich, noch kein einziges Mal Make-up bekommen. Deswegen wäre es mal Zeit. Großstadtleben. Absolut tote Hose. Was ist mit Hüten? Dschungelabenteuer. Ja. Dann gönnen die halt so einen Hut. Ist doch kein Problem. Ähm. Also, wir gehen jetzt auf das ganze Jahr nochmal durch. Also, ich finde, dieses erste Outfit ist echt süß geworden. Da hatte ich auch echt Hoffnung, dass dieses... Dass diese Challenge hier echt ganz cool werden könnte. Und Sims gestalten lassen kann, die man so sonst nicht gestalten würde. Mit Items, die man vielleicht auch nicht immer so benutzen würde. Dann kam die Abendkleidung, wo ich mir schon dachte, okay, sie hat keine Schuhe an. Aber naja, so komisch ist das jetzt ja auch nicht. Gibt Schlimmeres im Leben. Dann kam die Sportkleidung, die ich auch in Ordnung finde, bis auf die Schuhe. Aber ansonsten passt es meiner Meinung nach doch noch relativ gut. Die Schlafkleidung ist schon absolut wild, weil mit so einer Shorts möchte man absolut nicht schlafen. Spoiler. Dann zur Ausgekleidung hat die Guta auch nur ein Jumpsuit und ein Armband bekommen. Das war es dann auch schon wieder. Die Badekleidung hat absolut gar nicht funktioniert mit uns. Das Heißwetter-Outfit sieht an sich süß aus, wenn man die Schuhe abziehen würde. Und die Winterkleidung ist absolut keine Winterkleidung. Fazit daraus. Man kann es bestimmt hinbekommen, daraus was Cooles zu machen. Man muss aber auch einfach Glück haben mit den Drehs, würde ich behaupten. Weil hätten wir jetzt zum Beispiel bei Winter Jahreszeiten bekommen, dann hätte das ein bisschen besser ausgesehen, würde ich mal behaupten. Aber hey, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss.